Herzlich Willkommen bei der Eintracht Pepsi-Challenge. Zwölf Punkte. Der ist nicht schlecht. Pressure is on. Ja! Boah! Alle bis auf eine. Kara, sehr gut, sehr gut. 14. 14. Yes! Brau, brau, brau. 14. Die Pepsi-Eintracht-Challenge geht heute an uns, an Simon und mich. Aber wir hatten trotzdem sehr, sehr starke Gegner. Kara und Stina. Well done!